Oh ja, Altintop macht das direkt, ja! Aber er traut sich letztlich dann nicht mit Vollspann zu, vielleicht stand er auch nicht gut genug, um das direkt umzusetzen, aber wenn einer einen guten Schuss hat, dann Altintop. Auf der anderen Seite Gommes! Gommes! Das ist der Unterschied! Und das ist ein internationaler Klasse-Stürmer, Mario Gommes. Erste Torchance, zum ersten Mal richtig im Spiel da vorne. Schönes Anspiel von Thomas Müller, natürlich kein Abseits, aber komplett verschätzt und verkalkuliert hat sich der Servet und dann ist das einfach fantastisch gemacht. Das ist das Selbstvertrauen. Schauen Sie, angenommen der Ball liegt sofort, jetzt diese Bewegung gegen Servet, der naiv verteidigt. Und da, voll drauf gehalten, unhaltbar, perfektes Timing von Mario Gommes. Glückliche Führung der deutschen Mannschaft, das hat sich nun wirklich nicht abgezeichnet. Aber das sind die Qualitäten einer Weltklasse-Mannschaft. Aber der Pass, so viel Risiko muss dann auch nicht sein. Neuer, gewohnt effektiv, Götze im Lauf. Klebt der Ball am Fuß und hat das zu gut gemeint. Müller kommt! Müller! Müller wieder! Wieder Ausgangspunkt. Ein langer Schlag vor ihnen Abwurf. Jetzt ein weiter Schlag von Manuel Neuer. Und dann sind es zwei, drei Stationen. Dann ist es die unglaubliche Technik nochmal von Götze. Da Manuel Neuer. Den Ball muss man mal so runternehmen wie Götze. Und Müller kommt von ganz hinten angestürmt, weil er überhaupt nur mitläuft und nicht abschaltet. Deswegen hat er die Chance. Ein bisschen Glück bei Götze in seiner besten Szene. Auch der Ball war natürlich nicht für Müller gedacht. Aber durch die Beine vor der Gemeinde, hört Mats zum 0 zu 2, zum 2-0 für Deutschland hier in Istanbul. Auf Wiedersehen halt durchs Stadion. Das verstehen auch viele Türken. Gönüll. Gute Flanke! Hakan Balta. Wenn wir uns den Angriff gleich nochmal anschauen. Der war schon 10 Sekunden früher. Jetzt seht ihr was, ganz drüben. Völlig frei. Für den hat sich einfach niemand zuständig gefühlt. Jetzt läuft Müller aber auch nur halbherzig hinterher. Die Flanke ist gut, aber der Raum und die Freiheit, unbegreiflich, unfassbar, kann eigentlich nur passieren in einem Spiel, wo eine Mannschaft den Haken dahinter gemacht hat. Komplette Sorglosigkeit. Ansonsten unmöglich, dass man ein solches Gegentor bekommt. Aber, sagt der Schwabe dazu. Ein Spiel, was entschieden war. Wie komme ich zum Tor durch, ohne einen ins Abseits zu stellen? Müller gecheckt. Es gibt der Fletcher. Mein Eindruck korrekt. Müller fragt nochmal nach, ist das ihr Ernst? Aber natürlich, er trifft ihn, er trifft ihn unten, er rammt ihn mit dem Körper weg. Hat Müller sehr gut gemacht. Diesen Zweikampf gesucht, sich vorher durchgewühlt, nachdem er eben geträumt hat beim Gegentor. 3-1. Ein großer Fan des Basketballs, was ja ein Schweinsteiger, ist ja kein Geheimnis, dass Bayern München inzwischen auch in der Basketball-Bundesliga angekommen ist, von Dirk Bauermann trainiert. Ein riesen Fan von Bauermann und dem Bayern ist der Schütze des Elfmeters. Deswegen dieser ganz spezielle Jubel. Das erste Spiel haben die Bayern in der Bundesliga allerdings in Bonn verloren. Hier machen die Bayern alles, alles richtig. Müller holt den Elfmeter raus. Das erste Spiel ist der Schütze des Spiels.